Willkommen zurück zum Twin Sanity Race hier zwischen dem Rick und mir in der Akademie des Bösen. Das ist richtig. Joa, ich renne schon los, ich posten. Du bist beim Dingodile und ich würde sagen, es geht jetzt los. Wunderbar. Ja, den Dingodile habe ich schon erledigt im letzten Part und der Rick macht ihn jetzt. Joa, ich bin da gerade noch mitten bei. Und jetzt geht's für mich dann los mit dem Klassezimmerkamos. Und damit einer... Ich bin dann noch in der zweiten Phase. Schön. Und damit einer Sektion des Spiels, in der man eigentlich nicht so großartig verkacken kann, finde ich. Joa. Joa, einigermaßen. Ich finde, die Edelstände sind hier in beiden kommenden Leveln jetzt relativ nett. Und ja, spielerisch gibt's jetzt auch nicht allzu viele Probleme. Manchmal ist die Bücherei vielleicht ein bisschen nervig, aber sonst... Ja, wenn man zum Beispiel nicht peilt, dass man nur einmal abspringen kann von TNT-Kisten. Vielleicht wird mir das wieder passieren. Ich hoffe mal nicht. So, erledigen. Ach, meine Maske habe ich hier schon verloren. Ach, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mein Sound gerade ein bisschen lauter ist, aber... Naja. Habe ich bei mir tatsächlich auch gerade den Eindruck. Ich weiß aber auch nicht, warum. Tja, merkwürdig. Ich dring mal bei mir auf die Ohren ein bisschen leiser. Ja, ich habe jetzt keinen Bock, da nochmal rumzufummeln am Audio. Sonst muss ich da vielleicht was einstellen beim Rendern. Ich bin eine faule Sau. Ich brauche alles gleichmäßig. Ja, geht mir aber auch so. Deswegen hasse ich es an irgendwelchen Bildsachen, was zu ändern. Bin ich was vorsichtig? Ändert Dingo da ja auch die Richtung, wie er denn seine Wand da ballert? Ich glaube ja, ne? Oi, oi, oi. Ja, guter. Ja. Ich glaube, das war es, denn dann ist nur noch der Standard-Scheiß und dann müsste ich eigentlich schon fertig sein. Jetzt kommen wir einfach nochmal Feuerbälle, ne? Ich hab... Oh, ist das dumm. Jetzt stand ich zu nah in der Ecke drin irgendwie und der konnte sich nicht ducken. So. Ja, er ist tot. Juhu. Kann ich auch schon ein bisschen Zeit verloren. Das ist halt richtig unnötig gewesen, ne? Checkpoint. Dankeschön. Ach, Staubsauger, aber jetzt sieht es richtig ausgelassen. Na gut, den Edelstein hier hab ich ja schon. Mach ein bisschen hin in den Mittenladen. So, einen hab ich erzielt, ne? Boah, ich dachte gerade, mein Spiel schmiert ab. Weil irgendwie war der Bildschirm ein bisschen sehr lange schwarz. So, komm. Wunderbar. Darauf erstmal in die Luft springen. Cool. So, hier draußen bei den Hunden ist jetzt wieder einer. Da ist er einfach schon so weit. Schäm dich. Was? Ja, damit kommt auch leider dieses Büchereizimmer näher. Ich weiß auch nie, in welche Richtung ich hier gehen muss. In diesen Kreis, Sälen, Gedöns. Ah, ich find schön, dass ich bei diesen Versteckdingern da immer einen überspringen kann. Von den Objekten. Ich trau mich das nicht. Wurde schon zu oft getroffen. Von Papierfliegern. Ja, komm, da trau ich mich jetzt mal. Das war dumm. Ah, ich wusste es doch. Ach, komm. So. Ah, da, 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 da. Und? Ich sollte mich nicht beeinflussen lassen. Ja, perfekt. Ich muss sagen, den Track hier mag ich ziemlich. Ja. So, mit einer meiner Liebsten. Äh. Okay, da bin ich versehentlich rückwärts gelatscht. Ja, ist echt gar nicht mal so viel Vorsprung. Find ich gut. Ja, irgendwie. Hm. Heils Kaleikak hat auch irgendwie was gekostet, auch wenn ich es nicht ganz verstehe. Ach nee, meine Capture-Card schon wieder. Ach, Mann. Sag, wenn es wieder geht. Was ist denn mit der? Ja, 62 Prozent jetzt, aber an sich läuft es eigentlich ganz gut. Das Bild da ist, ach Gott. Rechts dieses Oval ist abgeschnitten, sehe ich jetzt gerade erst. Das Logo. Wie schlecht ist das denn? Links auch ein bisschen. Ekelhaft. Oh, Mann. Unten der Schatten auch so. Ach nee, Leute. Geht's bei dir wieder mit der Capture-Card? Ja. Jetzt geht's wieder. Okay. Und zack. Das ist so nervig. Ich verstehe auch nicht, warum das passiert. Deswegen, ich muss mir echt irgendwann eine neue Capture-Card holen. Ah, jetzt bin ich ja schon in der Bücherei. So. Ich habe zwei Edelsteine. Ja. Passt hoffentlich. Und ich brauche dringend mehr Leben. Ich habe nämlich nur 12. Also ich habe 32. Nein! 31. Scheiße. Hier ist noch ein Bereich. Oh. Ich sollte mich halt einfach mal daran halten, noch wirklich nur einmal zu springen und nicht einen Doppelsprung zu nehmen bei solchen Sprüngen. Das ist nämlich einfacher. Und reicht auf jeden Fall auch. Nein! Als ob der mich doch noch geklärt hat. Das finde ich gut. Doofe Sack. Ich bleib jetzt hier drauf stehen, damit ich hier auch wirklich hochkomme. Das ist nämlich die Stelle, die ich vorhin mal meinte mit den TNT-Kisten. Ach, Mann. Ich habe noch eine Maske noch bekommen. Wie seht ihr das? Moine Güte. Hier können wir aber Doppelsprung machen. Das ist okay. Beziehungsweise halt noch einmal abspringen. Doppelsprung. Doppelsprung. Okay, ich will zu viel. Denn eben nicht. Mann. Neun Leben. Bisschen Zeit lassen kann man sich hier zum Glück, also Perspektive hier ist auch immer ein bisschen blöd, die Grütze sieht noch ganz okay aus, aber ich glaube so viel Zeit habe ich mir lange nicht gelassen hier, war das richtig, war das gut, das war egal glaube ich, ja man sieht aber auch, dass die Grütze, NEIN! Das ist aber auch ein schönes Zitat, ist es gut, ist es wichtig, ist es egal. Scheiße, das war unnötig, aber immerhin habe ich da ein Checkpoint schon gehabt, kann ja nicht ganz so schlimm sein. Ich konnte die Abkürzung wieder schön nehmen, in der Bücherei. Was? Eine Abkürzung? Ja? Finde ich frech, geht nicht. Okay, die Abkürzung hat es schon wieder erledigt. Toll. Oh, der Checkpoint hat ja eigentlich gar nicht so viel gebracht, ich habe ja eigentlich jetzt alles nochmal gemacht. Zumindest gefühlt alles. Nach, Dreck. Ja, das war Dreck. So, komm. Nein! Danke. Scheiße. Ich finde es ganz witzig, dass ich hier immer so ein kleines Bildflackern habe, wenn ich getroffen werde. Weiß auch nicht ganz, woran das liegt. Das habe ich so blöd. Äh, ja. Sehr merkwürdig halt. Also nicht, dass man es wirklich richtig krass spürt, aber das ist jetzt zum Beispiel nicht, wenn ich es über die Software reinanlasse. Nur bei diesem Hardware-Gedöns. Achso. Ja gut, Emulator. Stimmt. Genau, Emulator. Das hat mal nichts mit Spring-Sanity selber zu tun. Hätten mich aber auch nicht gewundert, ehrlich gesagt. Ja. Jetzt gleich noch einen Edelstand snacken. Ach, natürlich ist da oben noch ein Stockwerk. Jawohl. 31 Leben. Die Tür ist zu. Und drei Edelstand. Sehr gut. Das sieht gut aus. Das nicht. Das war schlecht. Ich habe mir gar keine Lust, hier gleich mit... Nein! Durchzulaufen. Ach, ich bin im letzten Stockwerk. Schön. Oh, du kommst leider verdammt nah. Ah. So. Grüner Edelstein. Dankeschön. Oh, scheiße. Aber lebenstechnisch sieht das bei mir gar nicht mal so gut aus. Ähm. Aha. Ja, also mit null Leben mal dann immer die schaffen und dann runterfallen. Das ist ja so ein Traumszenario. So, ähm. Schaffe ich das? Jawohl. Aha. Es ist nicht gut, dass es so knapp ist. Am Ende verkacke ich wieder irgendwas. Es gibt ja diese Stelle, wo man da rumspringt, kurz vor Cortex. Achso. Da konnte ich direkt von dem einen Scheiter zur Tür springen. Ein bisschen mitgespart. Warum hat der mich in die andere Richtung gucken lassen? Hat mich voll verwirrt. Ach, da ist ja noch Munition. Würde ich mir gleich mitnehmen. Was? Munition? Bist du ja auch schon da? Ja. Was soll das denn? Nein. Na, Nitro-Kisten. Ich bin tot. Jetzt bist du wahrscheinlich vor mir. Du bist Vorsprung. Jetzt bist du Vorsprung. Oh. Keine Muni? Na, gestern war ich hier in Virginia in der Grove hier. Das ist so ein kleines chilliges Örtchen direkt am Rhein hier. In Zündorf. Und da war auch wieder so eine schöne Schmiererei von wegen, äh, träum nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Aber da steht dann, lebe dein Traum. Ah, so schrecklich. So. Aber ansonsten war es chillig. Ist auf die Schmiererei. So. 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 Kleine Kinder, die Enten abgeworfen haben mit Stein. Die Eltern haben die zwar ermahnt, so von wegen, so macht das nicht. Aber die haben einfach weitergemacht, so. Den Eltern war das dann egal. Äh, richtig kacke. Die Armen enden. Kleinen Miststügel. Ein weiterer Grund, kein Kinder zu kriegen. Oh, lol. Ja, komm, dann hat man die sind schneller, danke. So. Zack. Äh, bitte einmal da zerstören. Ja. Sehr gut. Gib mir die Maske. Sehr gut. Kannst du hier vielleicht mal so einen Edelstein übersehen? Oh, nö. Da hab ich nicht so Lust drauf. So. Hau ab. Danke. So. War okay. So. Ah, noch ein Leben. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Jetzt hab ich elf. Kommt hier noch eine Verfolgerpassage her, ne? Gäh. Ja, gib mir den roten Edelstein. Dankeschön. So, da haben wir noch einen. Jawohl. Das ist mal schön vorbei. Sneaken. Dann bist du ja immer noch weiter, ne? Scheint vor. Also ich bin jetzt im zweiten Klassenzimmer. Ja, da geh ich jetzt gerade rein. Ah, Mann, oh. Wie konnte das denn passieren? Muss nochmal irgendwo richtig Kacke machen. Ach, Mann. Ich bin schon dafür, dass wir die Edelsteine der auf der Irrsinnsinsel normal holen. Ich würde ja sagen, lass die Leute abstimmen, aber. Ah, ne. Das ist zeitlich nichts. Das ist ein bisschen zu spät, denn. So, Speicherpunkt. Geil. So. Ah, so Cortex, love. Wo war denn der letzte Edelstein? Äh, das ist eine gute Frage. Kann man jetzt beide übersehen. Nee, glaub ich nicht. Nee. Oh, scheiße. Ich bin eine Nito-Kisten-Grill. Ja, ich sowieso schon. Ja, schon wieder. Die Leichen. Hm. Das trifft mich doch nicht. Ich will mir doch nur die Muni holen. Boah, ich hasse die Verfolgerpassagen. Aber ich finde die eigentlich ganz in Ordnung. Wenn man die ganze Zeit durchballert, dann gehen die klar. Hallo. Nein, schon wieder. Ey, ich raste aus. Ich will das nicht. Mann, oh. Nein. Ach, Mann. Ja, komm, mach hin. Jetzt werde ich von den Käfern getroffen, oder was? Was hat das denn? Macht halt mal null Sinn. Ja. Können die aufhören mich zu umzingeln, bitte? Ja, ich habe keine Muni mehr. Oh, ich gleich auch nicht. Gibt es, dass du es sagst. Vor allem, warum respawnen die Roboter denn bitte? Am Checkpoint. Was ist das denn für eine Kacke? Verpisst euch. Verdammt der Scheiße. Kamera, danke. Klassenraum. Ja, da bin ich noch nicht. Jetzt bist du weiter. Ja, jetzt gleich kommt dann aber der Edelstein mit dem Hausmeister, glaube ich. Das ist ein Witz. Alter, du sollst das vorher kaputt machen und nicht reinrennen, du Spast. Ja, wenn du dich ballerst, geht das eigentlich klar. Jaha, ihr scheiß Drecksviecher. Verpisst euch. Mann. Ey, langsam. Ist gut. Spiel, ey. Meine Fresse. Geht doch endlich mal. Ja, keine Munition, Digga. Ja, danke. So. Ich hole mir aber nochmal Muni. Geht ja wohl nicht. So, jetzt. Jetzt glaube ich eh Ende. Nach dem Hausmeister hier. Nach den zwei Hausmeistern. Es könnte kein Upstate installiert werden. Ja, ist mir doch gerade egal. Mann. So, das sieht doch gut aus. Ah, sehr gut. Ich bin bei Nina. Nina. So. Meine Güte. War's das langsam mal. Danke. So. Ruhig lang. Hier. Klassenzimmer. Meine Fresse, ey. Ist doch nicht die Möglichkeit. Hallo. Ja, danke. Ey, ihr Fickfrösche. Ja, ich habe eine. Sehr gut. Freddy, der Fickfrösche. Loll. Erstmal beim ersten Sprung ist Nina gestorben. Das habe ich im Stream, glaube ich, auch gehört. Das ist erstmal der Gewöhnungssprung. Das ist schön für dich, dass du keine Muni hast. Ja, komm. Kiste, erscheine. Danke. Mein Laufschirm. Das ist doch ein schlechter. Wie viel kommt denn da? Ist doch auch irgendwann mal genug, oder nicht? Ich ballere ohne Ende. Das reicht nicht. Wollt ihr mich verarschen? Danke. Gab es hier keinen Edelstein? Okay. Das finde ich okay. So. Da ist der letzte Edelstein. Meine Fresse, ey. Och, komm schon. Was war das denn für ein Kacksprung? Ja, nein, nein. Ich glaube es ja nicht. Ich glaube es hackt. Das war eigentlich die... Ach nee, das war auch bei der Xbox-Saison, wo die Szene einfach komplett asynchron ist. Wo man dann auch auf Dingens trifft. Auf Nina. Auf Nina. Schlag ein, kleine Lady. Ja. Dieser Sound, ey. Weg. Weg, dieser. So. Jetzt bin ich auch eigentlich bei Nina. Wo holt ihr auch mal Zeit, ey. Ich hoffe, das stimmt so mit den Edelsteinen. Aber das hoffe ich hier immer. Und eigentlich ist es nicht schwer. Also das ist eigentlich das Level, wo man die am wenigsten verpassen kann. Das stimmt. So, hier sind wir nochmal zwei. Ja, komm. Nein! Ist das dumm? Na ja. War jetzt nicht so ein weiter Weg. Oh je. Das Eigentliche ist halt, dass da ein Checkpoint ist. So, perfekte. Ja, mach kaputt. Schornstein. Das ist der, wenn du wieder reingehst, oder? Ja. Ja, ist der. Mit den ersten Schornsteinen. Warum ein Haus auch fünf Schornsteine hat. Tja, ja. So. Oh, ich wäre fast im Nito-Kisten gelaufen. Ich glaube, ich hätte jetzt drei Stück. Ne, zwei. Okay. Ja doch, macht aber Sinn. Das müsste stimmen. Das finde ich ja nicht. Äh, hallo? Ach so, Moment. Da muss ich ja noch einen aktivieren. Ja, tatsächlich. Ach, lol. Komplett ignoriert. So. Nein! Hallo. Zu spät reagiert. Ach komm, ich will doch einfach nur da schnell durch. Ich muss da nicht über jeden Kamin hier hüpfen. Schornsteinen. So, ich habe jetzt auch den zweiten. Leck mich doch. Danke, danke. So. Das war irgendwie sehr weit weg jetzt, oder? Der Checkpoint. Kommt mir nur so vor, oder was? Hallo? Nein, Nina. Also, wenn er anfängt, eine Ladezeit zu haben, dann ist es relativ weit entfernt. Nee, das ist noch nicht. Wie jetzt zum Beispiel, wenn man verkackt. Bei Madame Amberley. Na, das war nervig. Ich habe doch Mano. So. Geht doch. Haut ab. Speicherpunkt. Einfach nur durch. Ich hoffe, das war nicht dasselbe wie bei mir. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es der war. Bei ihm wieder reingehen. Scheiße. Ich glaube, wir sind gleich auf. Nein, da ist doch ein... Nie, TNT. Scheiße. Das habe ich doch schon im Stream immer falsch gemacht. Mano. Gib mir die Maske, danke. Checkpoint. Gehst du jetzt nach oben? Das sind nicht die Maske. Mit den Haken? Äh. Ja, gleich. Scheiße, scheiße, scheiße. Und hier gab es eigentlich zwei Edelsteine bei... Sind Aufwärtspassagen? Nee, ne? Nee. Hier ist jetzt erst mal direkt einer. Dann auch am Ende. Dann noch beim Schulbus. Und... Oh yeah. Einen, den ich jetzt gerade wieder vergessen habe. So. Grüner Edelstein. Ja. Ach ja, bei den Kaminen. Schornsteine. Ja. Passt alles. Nein! Oh, diese... Diese Schornsteine. Ach, ich muss die erst mal aktivieren. Lol. Ja, das Problem hatte ich gerade auch. Verdammt. Wäre ich nicht bei den Schornsteinen gestorben, wäre das gar nicht erst... Passiert gewesen. Ey, schon wieder. Okay. Langsam. Nein, aktivieren, Niklas. Aktivieren. Oh, ist das ärgerlich. Ich bin gerade viel zu gestresst. Spiel mal langsamer, Rick. Merkt man dir gar nicht an. Ah, ich sehe den roten Edelstein. Oder rosas. Was, was, was? Du bist viel zu weit. Ah, ja, ich auch. Scheiße. Du bist viel zu weit. Ah, ich auch. Verdammt. So, und... Den hab ich. Stange schön. Ein Edelstein? Ja. Los, Nina! Ich jetzt auch... Gott, oh Gott, oh Gott. Deine Sprung war unnötig, aber ich... Wollte auf Nummer sicher gehen. Komm, beim Schulbus muss ich aufholen. Ja! Ja, komm. So. Wie dumm. Nächster Safepoint. Juhu! Nina, ey, was machst du denn? Mach mal auf jetzt. Danke. Ey, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Schulbus, auf geht's. Ach, jetzt bin ich auch beim Speicherpunkt, verdammt. Scheiße. Aber auch so bescheuert, dass direkt nach dem Speicherpunkt einfach auf den normalen Checkpoint kommt. Tja. So. Oh, Mann, oh. Das muss ich jetzt schon erschaffen. Okay, ist jetzt einfach mal gar nichts mehr, weil diese Krünste verdunkelt ist. Das hört sich gut an. Ich wurde gerade random einfach gekillt. Ja. Weil die Dudes in mir gespawnt sind. Sehr gut. Nein! Ich bleib an Kisten hängen. Aber alles noch im Lot. Vielleicht hab ich mir aber jetzt alles Ende versaut. Uff. Ich glaub, das wird ganz schön mies werden. Nee. Der wird mich killen. Kurz vor Ende wird er mich killen. Lauf, Nina, lauf! Ja! Ja! Alles hat gepasst. Ah, sehr gut. Ja, bei mir auch. Zack. So. Edelsteinchen noch. Oh, je, je, je. Wunderbar. War das der letzte? Ja, das ist der letzte. Sehr gut. 67 Prozent. Ab zum Adam-MV-D. Ey! Ihr Mann! Ihr Säcke! Jawohl, 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 jawohl. Oh, oh, bitte. Spannend, spannend alles. Wahrscheinlich hab ich gleich noch das Glück und sterb einfach bei mir mit am Amberly. Vielleicht haben wir beide. 26 Minuten Aufnahme. Ich hab jetzt leider die Uhr nicht gestartet. Hä? Äh, Moment, ich muss nochmal weglaufen? Was? Ne, Moment. Wo muss ich lang? Muss ich zurück? Hä? Oder geht hier in der Tür wieder nicht auf? Moment, jetzt bin ich verwirrt. Ich muss doch nicht hier rum, oder? Doch. Hä? Lol. Okay, gut. Nevermind. Haut die Plattform mir einfach ab. Komm her. Ich hoffe, das ist nicht schlimm, dass ich jetzt null Schüsse hab. Ne, du kriegst er unendlich. Ja, hm. Bei Dennis ging's ja auch irgendwann nicht mehr. Oh. Ach, die Heulsuse-Kortex bin ich gerade. So, und ich... Auch gleich. Oh. Boah. Bei mir hat Cortex wieder einen sehr verreckten Hals. Ist das intens? Vorhin guckt so an die Decke. Mein Name, Amberly. Das sieht so schön gescheuert aus, sieht man aus. So, ich kann zum ersten Mal ihre Dinger jetzt abknallen. Ihre Glocken übrigens auch. Oh, jubi da. Zack, hallo. Komm mal, dicht hier. Ah, ich auch jetzt. Und, komm. Ah. Verdammte Scheiße. Wunderbar. Es reicht, Madame. Thank you. So, einmal noch. Come on. Ah, ist das schön, jetzt mal wieder ein bisschen Spannung hier zu haben. Cortex, you got this. So. Einmal noch. Auf, wie? Jetzt können wir tatsächlich sogar durchschaffen, würde ich fast brauchen. Mhm. Heute. Das wäre ja wunderbar. Das reicht, Madame. Danke. Bitte, 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 bitte. Alle treffen Cortex. Dann ist es ja bei mir auch vielleicht zu Ende. So, ja. Ja. Dankeschön. Tod ist es schon mal, jetzt muss ich nur noch rüber springen. Ja, ich muss es halt so sagen. Wenn du da eins verkackst, dann lach ich. Los, Cortex. So, und. Zack. Boah, der ist ja ein bisschen komisch hochgeglitscht. Ja. Sicheren Boden. Das ist gut. So, hallo Crash. So, komm. Er trifft Crash so. Keine Position. Jute Sache. Geh auf. Dankeschön. Mach die Tür auf jetzt. So, jetzt den Edelstein hier vergessen. Hä? Ähm. Hä? Die Tür geht nicht auf. Geht's. Das dauert ein bisschen. Manchmal. Warum dauert es immer so lange? Bei mir ging es schnell. Aber unter Umständen dauert es halt was. Unter den Umständen, dass du zum Beispiel vorne sein könntest. Nein! Speicherpunkt. Dankeschön. Fuck. Komm. Hä? Ich treffe die Drogisten nicht. Jetzt. Ach, da war das. So, wunderbar. Jetzt noch den Edelstein treffen. Ach, du blöde Drogstülle. So, sehr schön. So, Mann, Kamera. Nimm den Button. Ah, Mann. Ich mache mich dann schon mal vom Acker hier. Von der Acker mache ich mich jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ich wollte sagen, ich gehe zum Luftschiff. Du bist dich. War das ein schlechter Wort, Witz? Hey. Nimm doch diesen Scheiß-Ball, du Stück Scheiße. Mann, Mann, Mann. Dann würde ich sagen, können wir auch den Part benden, wenn du dann gleich eine Edelstein hast. Jo. Ähm, kann ich bitte sehen, wo ich hinspringe? Ach, Mann. Spiel. Mach mich nicht schon wieder salzig. Unfähigkeit, ey. So. Ich bin schon mal wieder hier beim Eisberg-Labor. Oh. So hoch. Mensch, Mensch, Mensch. Und hier bitte. Ich auch. Super. Du kannst auf jeden Fall noch zurück, weil ich habe gerade die Sequenz mit der Dimension. Ja, dann. Du kannst zurücklaufen. Die Plattform im Westen noch nicht betreten. So, jetzt kann ich. Na? So, jetzt bin ich da. Okay, jetzt kommt noch die Sequenz mit Cortex. Oh, okay. Oh, ich habe hier gerade noch die Wartezeit in der Luftschiff. Der böse Crash. Der böse Crash. Bla, 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 bla. So. Jetzt verpiss dich Cortex gerade. Und jetzt kann ich wieder. So, läuft bei mir jetzt auch. Sehr gut. Also können wir jetzt aufhören, oder? Die Katze läuft gerade. Ja, dann gehe ich schon mal raus. Jo. So. Einmal da rum. Und dann gibt es als nächstes, äh, äh, Rockslide Rumble. Da kann sich alles entscheiden. Das könnte ziemlich böse werden. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo die Edelsteiner sind, so wie ich. Scheiße. Kritisch. Kritisch. Aber du hast zum Glück nicht so einen großen Vorteil dadurch, dass du hinten bist, weil du bist nicht so weit hinten. Ja. So. Wir enden so weit. Ich bin dann jetzt schon oben und, ähm, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Steinschlagstress bei uns beiden relativ schnell jetzt. Ja. Es wird spannend. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.